Ich kann nicht ranzoomen, wenn ich geschlagen werde. Hallo und herzlich willkommen in der Ebene, wo Epi die Banane mich die Torte ständig verprügelt. Wir können entweder uns zum Affen machen oder eine rutschige Partie mit einem Affen. Warte mal, heiße Rüthme. Oh Gott, das wird beide scheiße werden. Wir fangen mit der Rutschpartie an, oder? Eieiei, soll ich Weihnachtsmann sein? Was ist denn das hier? Ja, wir haben Rutschpartie. Ach, das hätte ich eben sein können. Oh ja. Du bist Bienemeier. Ich glaube, du bist jetzt die von Dings, ne? Belast doch was, oder wer ist das gewesen? Das sah so aus. Ein Bogenschützchen auf jeden Fall. Eieiei. Wenn ich nicht schon den ganzen Angst schweiß jetzt hätte, ne? Dann würde ich ihn spätestens jetzt bekommen. Eine fliegende Biene. Guck mal, wie elegant das jetzt gerade ausgesehen wird. Wie ist denn eine Biene? Und alle lieben sie die Biene, na ja. Ich bin nicht gesprungen. Nein. Ach, du hast das Ding. Ich wollte das in der Mitte haben. Da bist du, da bist du. Aua. Oh, pass auf. Kommt der hier hoch? Also einen habe ich, wenn die so sich drehen kann. Ich kann wieder nichts schießen. Ach, du kannst auf den Kopf springen. Ja. Huh. Hilfe. Lass uns aber erstmal hier die anderen Sachen gucken. Bin auf dir gerollt. Ja, aber du... Ne, ne, nicht darüber. Oder? Kommt man hier hoch? Das habe ich schon geholt eben. Ja, aber oben rechts war doch noch was, oder nicht? Muss ich dich... No, da hätte ich doch... Doch, da war ein Fragezeichen. Ich wollte dich gerade rüber schießen. Das ist das nächste Mal. Nein. Ach, ich bin wieder nicht gesprungen. Aber ich gerade noch so. Ja, 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 ja. Ich will ja keine Punkte jetzt. Und da... Huh. Aua. Und tot. Nein. Doch. Ich habe die gestochen und wenn eine Biene sticht, dann stößt die. Warte, warte, warte. Nicht da reingehen, nicht da reingehen, nicht da reingehen. Ja, aber das geht nur, wenn ich dich da hochwerfe. Ja, komm. Nein, ich will nicht zu dir kommen. Komm jetzt. Nein. Ach, was machst du denn? Nein, du bist runtergegangen. Nein, ich bin gesprungen und habe dich dabei geworfen. Wieso warst du dann dich fallen gelassen? Nee, du kannst dich springen. Ich kann doch selber dann dingsten. Was war das denn? Hä? Was war das denn gerade? Voll am Warten. Ja, geh rein, geh rein. Du musst mich mitziehen. Nein. Oh, das ist nicht... Na, das ist hier ernst. Aua! Du Mörder! Fertig. War es das jetzt? Ja, nur das eine, oder? Ja, schnell raus hier. Weil du mich umbringen wolltest. Wollte ich gar nicht. Du machst das immer mit dir runterrollen. Ach so, du musst das... So, denk dran zu springen. Ich bin auf der rechten Seite. Oh. Ach so, das war in der Mitte. Ach, das habe ich nicht gesagt. Nein! Ich habe das große nicht bekommen. Oh, nein. Du bist irgendwie viel schneller als ich. Ich bin tot. Oh, aber ich bin noch Ende. Kurz vor Ende. Ach, das ist auch zu Ende. Na, das hast du sonst gesagt gewonnen. Ist ja auch eine Weisliche. Vielleicht bin ich aber auch eine Hummel. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin eine Biene, oder? Also eine Wespe bin ich nicht. Dafür sehe ich nicht. Oh, der Epis gestorben. Das hast du so mit Sarkasmus gesagt. Da kannst du ruhig so rumwämpfeln jetzt. So. Geh weg. Ich hau dich mit meinem... Schlechte Gewinner. Genau, du bist ein schlechter Gewinner. Oder war das, weil ich am Jammern war in dem Moment? Du hast doch gejammert. Boah, sind wir heute schlecht, ey. Na gut, es geht ja jetzt erstmal nur darum, die Levelklinge zu lernen. Hast du gerade einen Reißverschluss zugemacht? Bist du hier nebenbei am Pinkeln, oder was? Eine Flasche? Ja. Nee, nee, nicht der Affe. Aber wir gucken mal kurz, was ist das für ein Level? Affentheater, okay. Oh je. Was machen wir jetzt? Warte mal, die hat mir kein Glück gebraucht. Ich muss wieder meinen Funk haben. Achso, die siehst du gar nicht jetzt, oder? Die von Akanda, oder was? Nein, aber hier, die eine ist... Ah, ja, ja, ich bin Horizon. Ja, Horizon ist das doch hier, ne? Genau. Und wer ist das? Horizon Zero Dawn. Was ich aber cool finden würde, wenn du dann auch mit dem Bogen angreifen würdest. Aber das machen sie, meine ich, nicht, ne? Zumindest sah das bisher noch nicht so aus. Wo ist denn mein Tanker? Der war wahrscheinlich weit da vorne, ne? Ja, wir haben viel zu viele Sachen da drin. Wenn man da einmal was aussucht, das dauert viel zu lange. Echt? Aber da hatte ich einen anderen Hut auch. Die Punkerin übrigens. Wir müssen ja... Nee, Punker... Punker-Innen... Au. R-Innen... R... Zum Scholten. Deswegen verarschen wir das ja auch immer. Ui. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du alles immer ausfurtst? Das ist irgendwie eklig. Oah! Oho, du wirst geblühter. Ich weiß es, deswegen bin ich gerade nicht hochgegangen. Aua! Hä? Es war doch aus! Dann geh noch mal runter. Achso. Bist du? Sagst du's doch. Du merkst doch niemals, wenn ich nicht tot bin. Ja, ich bin hier ganz locker, lässt sich die Sachen am Holen. Und du bist da irgendwie blödsinnert. Dann pass' aber auf. Wir müssen auch noch oben noch, ne? Hallo? Mach dir mal das Richtige kaputt? Ich muss auch reisen, muss ich mal weitermachen. Nein, wie komm... Äh, ich muss dich werfen. Komm doch mal mit dir hoch. Ja, da musst du mich auch von hier aus werfen, oder nicht? Nein, komm, ich muss dich hier werfen. Achso, meinst du, um da ranzukommen? Aber ich dachte, wir müssen die Dinger machen. Ja, das überlasse ich dir jetzt mal mit dem Werfen. Oh, du bist gegen das Ding, so. Was war denn das für ein Werfen? Ich konnte noch nicht mal richtig Dingsen hier. Na, du hast mich hier gerade weggedrückt. Achso, warte mal. Doch, du warst aber jetzt da oben. Ja, aber ich bin... Vielleicht war ich zu weit weg von der Wand. Ah, nee, da kann man draufgehen auf das Ding. Warte mal. Nein. Aber mach das nah an der Wand. Ne, geht man nicht. Kann man nicht draufgehen. Oh, meine Haare verbrennen gerade. Komm mal hoch, warte. Aber nah an der Wand geht das nicht. Doch, das geht. War doch keine Scheiße. Ich hab dich mitgenommen. Du hast mich da durchgeschossen. Das war aber die erste Kugel, wenn ich's richtig gesehen hab, ne? Okay, das ist jetzt irgendwie komisch. Uh, uh, uh. Oh, ich wollte gerade ausweichen. Ist das euer Ernst? Warte mal, was geht hier los? Soll ich mal mit denen mitgehen, oder? Ja, muss auch mit denen mitgehen. Ja, aber ich glaub nicht. Au, okay, nicht so wirklich. Ne, ich denk mal, wir müssen. Ich will das nicht. Warum wirfst du nicht hinterher? Links, rechts waren die ganzen Dinger nicht da durchgehend. Welche Dinger? Da waren lauter Dinger noch links und rechts. Hier ist doch gar nichts. Dann geht er durch. Was meinst du denn? Links waren noch Sachen. Guck mal, guck mal, ich tanze. Jetzt gehst du mir zurück. Ja, du hast gesagt, links, rechts waren Dinger. Wo sind hier Dinger? Weiter, da draufgehend. Da unten, meinst du? Wenn du? Wenn du, wenn du, wenn du draufspielst, sind die Aufboden. Da links, die meint, rechts sind auch noch weg. Und da ist noch viel andere Sachen. Handschellen. Ich dachte, BH oder sowas, aber... Das sind aber keine anderen Sachen mehr. Nein, auf der anderen Seite. Oh Leute, jetzt geht doch mal weiter. Bring doch endlich. Nein! Das war knapp. Da oben ist noch, da siehst du, da ist der Ball noch. Den hättest du schön ausgelassen alles. Und du weißt schon, dass ich mich da überhaupt dran bin. Du kommst, ja, mit den Dingern. Drauf springen. Auf die Dinger. Nee, 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 dann werd ich zurückge... Kommst du da überhaupt hin? Siehste, da hättest du mich jetzt gebraucht, aber du rückst mich halt nicht. Ja, wieso ich dich denn... Indem du wieder zurückgehst. Ich bin doch nicht vor. Warte, ich mach erstmal die Dinger hier weg. Dann kannst du einfach zurückgehen. Oh, 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 oh. Ach, das geht. Ja, und jetzt zurück, zurück, ja. Noch weiter. War das nicht hier? Nee. Noch weiter. Danke. Ja, ja, ja. Oh, ich war schon wieder mit dem falschen Spinnen. So, siehst du, wie gut hab ich das gemacht, hä? Ja, ja, super gemacht. Weißt du? Nein. Aber da müssen wir jetzt noch geradeaus, ne? Jetzt fangen wir mal hoch. Nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Oh, danke. Boah. Du kommst da so einfach durch, weißt du? Aber wenn du Kollision hast mit demjenigen vor dir, dann kommst du gar nicht mehr weiter. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt. Das ist ne Schlange, ne Gartenschlange. Ja, das ist eine Gartenschlauchschlange. Gartenschlauchschlange. Oh, oh. Wieso springt der nicht? Ist er doch. Nein, ist er weg. Nein, ist er weg. Ich bin dabei kaputt gegangen. Ich muss erst mal links rum. Oh, und jetzt noch rechts. Nicht daun. Ne, hier, weiter. Puh, aua. Oh, ich bin runtergesprungen. Ich bin doch oben drauf gesprungen. Oh, ne, ist das euer Ernst? Da ist die Kugel. Oh, lauf direkt nach rechts, lauf. Oh. Da kommen nämlich die Feuerdinge raus. Wieso sehe ich jetzt so schrecklich aus? Ne, so sehe ich wieder besser aus. Was gut da? Mann! Oh Mann, ey. Ich bin doch gar nicht mehr in der Nähe. Ach so. Ja, hast du schon holt. Ja, super. Warum muss ich mich denn... Ist da noch was auf der anderen Seite, oder? Da kann ich nicht sehen. Warte. Ne, ich glaube nicht. Ne, ne, ich glaube nicht. Ey, ich bin zwei Meter neben denen, weißt du? Und trotzdem stoßen sie mich kaputt. Ist doch nicht normal. Oh, shit. Du bist ganz kaputt? Ja. Ich fand es an der Seite theoretisch vorbei. Nein, ich hole die da. Ich hole die da mal. Ja, aber das ist doch ganz am Anfang. Nein, es ist vorne. Ach so, ja, stimmt. Lauf, lauf, lauf. Was hast du für Probleme? Ja, da kommen doch die Feuerdinger raus. Ja, die sind doch ganz... Feuerbärchen, was ist das? Bällchen, hab ich gesagt. Äh. Die können auch da außen rum gehen. Ich gehe da außen rum. Ich nicht. Ey! Mann, ich bin so weit von denen weg. Hallo. Ich hab das Ding gehauen, nicht dich. Ey, da bist du... Da bist du auch noch so lange gestunnt. Was ist das für ein Scheiß? Da ist noch eine Kugel außen. Oh, ich bin tot. Du bist auch tot, oder? Ja. Weil du dich nicht bewegen kannst mit dem Mist hier. Du bist zwei Meter von denen weg und trotzdem machen sie dich kaputt. Das verstehe ich nicht. Ja. Ach man, was ist das für eine Scheiße? Jetzt hab ich das auch. Mann, ich wollte den nicht dingsten. Leck mich doch einfach. Ey, sag mal. Die wollen mich doch verarschen. Ich war in der Mitte, hab den geschlagen. Ich war auch eindeutig, dass der da reingeschlagen hat. Trotzdem geh ich dann kaputt, weil der außen eine halbe Stunde später gefühlt ankommt und mich dann piekst. Da, wo ich gar nicht mehr bin, nebenbei bemerkt. Oh. Nein, roll doch mal dahin, wo ich hinziele. Mann. Ah. Einen hab ich schon mal weggemacht. Ich mach die in der Mitte mal weg. Warte mal. Jetzt machen die mich... Warum macht mich der Kürbis immer kaputt? Ich versteh's nicht. Da hinten ist was zum wegschleudern da. Das ist so oben. Hast du jetzt alles? Was, was, was? Ah, ja. Ah. Ja, warte, warte. Ich kann die doch mitnehmen. Aber haben wir alles? Ich hab keine Ahnung. Dieses Level regt mich gerade nur auf. Oh, ey. Da hinten links an der Wand. Ja, mach die bloß nicht, wenn du direkt davor stehst. Das ist kein Thema. Warum geht das nicht? Boah. Mann, was ist das? Die ist die ganze Zeit gestunnt, nachdem ich geschlagen hab. Warum ist die denn immer gestunnt? Ich versteh's nicht. Das haben die jetzt alle, oder? Nee. Ja, aber da ist jeder noch von sich halt auch nicht. Oh, in der Mitte musst du auch noch... Ach, du Scheiße. Oh, ich bin tot. Oh, ich hatte das Ding da, holt er im Rand. Da war noch mal der Plan. Da musst du hin. Ist das ein Gehirn, oder was? Mini-Kostüm. Oh, scheiße. Oh, Mini-Kostüm. Ach du, wo ich bin. Nein, nein, nein. Na, komm, warum nimmt die das Rollen nicht? Die springt nicht nach links, was soll das? Statt, dass die hoch springt, wird die da von diesen Dingern getroffen. Das ist doch nicht normal. Ja, genau. Danke. Ja, genau. Na, ich bin da auch so. Warum schiebst du mich zurück? Ich hab die... Natürlich springt sie nicht dahin, wo ich anvisiere. Also mit dem Stick, das ist irgendwie manchmal echt seltsam. Wie du schon gesagt hattest, bevor wir angefangen hatten, dass der das irgendwie nicht so richtig annimmt. Also nicht so, wie er es eigentlich soll, wie er eingestellt ist. Natürlich. Nein, 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 nein. Also ich bin auf dem... Ja, du könntest... Scheiß auf die Dinger, geh da rein. Warte. Oh, jetzt. Ich dachte, ich komme nicht da rein. Ja, weil da wirst du bestimmt ins Luft gefallen. Garantiert. So, es geht jetzt ab. Die hauen die Rohre, wo du durchgehst. Da, guck mal, der spielt auf der Bananeflöte. Wo bin ich? Oh nein! Ohhhh! Hä? Ja, du musst die anderen so viel machen. Da bist du. Och, jetzt gehen die wieder weg. Was haut der da in die Ecke? Also man hat die... Also diese Controller-Steuerung? Weiß ich nicht. Du meinst das, was ich gerade gesagt habe? Oh. Aua! Geh weg da! Ich will nicht auf deinen Kopf laufen. Mal gucken, gucken, Ratscha. Nein! Oh. Ah. Nein! Nein! Ich wollte zu viel. Nein! Wieso? Nein, nicht drehen, nicht drehen. Da drüber springen musst du einmal. Ernsthaft? Über das Ding. Ja. Und dann gehst du wieder zu... Wir haben alle. Das ist schon mal gut. Jetzt musst du da runter gehen. Pass auf. Oh. Nein! Geh weg! Andere Seite. Wenn ich jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt daneben springe. Warum muss ich die Liga nicht noch? Oh. Geh dann. Viel weg. Oh. Das war der Falsche. So. Das haben wir gerockt. Mehr oder weniger. Begehbare Garderobe. Ja, genau. Mach das, mach das, mach das. Ja, nein, bleib da drin. Aber. Ja, das sieht jetzt... Wenn du da rein jämmerst, dann hättest du doch auch die... Oder hast du die Errungenschaft eben? Weiß ich nicht. No, kein Gold. Aber immerhin haben wir alle fünf. Das ist ja auch schon mal was, ne? Weil wir müssen ja gucken, dass wir so viel möglich von denen sammeln, damit wir das Ende aufbinden. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, dass das ein schnelles Level... Ach, jetzt zieh ich das. Nee, komm. Nee, komm. Wieder, komm, ey. Nee, darauf bezogen, weil... Lasst uns mal gucken, ob da ein oder zwei Bonuslevel sind. Weil die Bonuslevel sind ja normalerweise nicht so schnell. Äh, nicht so lange, meine ich. Das machen wir noch, ja. Aber dann machen wir... Ach du Scheiße, das sind Löcher. Oh, oh, wo bin ich? Ich bin... Ich geh wieder nach links. Nein! Oh! Löcher, Löcher, Löcher. Nicht gut. Löcher. Löcher. Ich fällte in die Löcher rein, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, nicht gut. Ich dreh hier im Kreis. Hallo! Wahnsinn! Ich, Samson, kann eine solche Legende abkassieren. Haha! Ich bin ja so ein Glücksbild. Oh, die Zeit, sie verfliegt. Nein! Nein, ich bin in den Schloch gefahren. Die Zeit ist jetzt um. Oh, die können wir auch noch mal machen, okay. Ich hab nur 8 bekommen. Wie viel haben wir jetzt? 200? Ich hab 665. 304? Wieso hab ich nur 304? Können wir dafür noch was holen? Aber für 304, glaub ich, krieg ich nix, ne? Oh, ne. 350? 1600? Ne, da krieg ich nix. Da krieg ich nur Einzelteile, also bringt mir das nix mehr. Ich könnte mir den T-Shirt holen, oder ich könnte mir den Luchador holen. Luchador sieht irgendwie komisch aus. Ja, entweder nimmst du das, was du lieber hast, oder nimmst du das, was teurer ist. Also, im Endeffekt geht's ja darauf aus, dass wir alles holen mit der Zeit, ne? Weiß ich nicht. So. Bin fertig. Ich muss warten. So. Na gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt so bei 22 Minuten sind, glaub meinem Timer, dass wir das Affentheater beim nächsten Mal machen. Ja. Weil das ist mir schon genug Affentheater hier mit dir und gleich schlägst du mich wieder. Oh. Pff. Du hast mich geschlagen. Ich hab gedacht, du triffst mich sowieso und ich bin sowieso wieder gestunnt. Können wir einmal schön... Oh, guck mal, hier unten ist nochmal Partnerschaft. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Na, gehst du jetzt kaputt? Warte mal. Was ist denn das da unten links? Das schlägt mich jetzt nicht ins Wasser. Das ist doch gekoppelt wahrscheinlich mit diesem Ritterding da oben, oder? Ja, da kannst du hier rüberfahren. Nicht da reingehen. Strickritterprüfung. Aber das sind immer die gleichen, nehme ich mal an. Ja, aber wieso? Oder ist das nur zu ziert, dass das da steht? Wahrscheinlich, ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht so aus, als ob du da irgendwie vielleicht wegkatapultierst. Äh, katapultierst du. Guck mal, hier links ist ein Knopf. Ah, warte, warte, warte. Nee. Sollen wir da jetzt rein, oder sollen wir bis zum nächsten Mal warten? Ja, wir warten bis zum nächsten Mal. Ist die Spannung dann. Wir haben was Tolles gefunden und ihr dürft es nicht sehen. Muah. Ja. Vor allen Dingen werden wir vorher auch noch die zwei Level hier machen. Und das Level und ab und zu. Und dann haben wir schon alle vergessen. Meinst du? Ja. Wir sind schon wieder fies. Ich meine, der Epi ist sowieso immer fies. Aber jetzt sind wir auch noch fies euch an. Bin ich gar nicht. Bist du wohl. Immer und immer und immer und immer wieder. Hahaha. So, bevor der Epi mich wieder erschlägt, werde ich jetzt erstmal sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. Das ist schade, dass man hier springen kann. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Jetzt. Ich gehe jetzt hier raus. Oh nein. Jetzt wagst du dich nicht. Doch. Aber ich könnte dich nochmal vorher hauen. Du solltest eigentlich raus, damit die Leute das sehen. Ja, ich gehe jetzt raus. Aua. Tschüss. Komm mal nochmal hier raus zum Desktop. Tschüss. Ach ne, ich bin jetzt nicht verkehrt. Doch. Und jetzt wird der Epi abgeholt. Uh. Elberer Bies. Wollt. 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 Wollt.